Und ich muss mal sagen, ganz ehrlich, wenn wir jetzt ein Creeper, oh, ganz, ganz gefährlich, wenn mir jetzt ein Creeper hier auf den Kopf fällt, ich sag mal, wenn wir hier bei den ganzen Lava rumhampeln, das wäre nämlich nicht so prickelnd, würde ich mal behaupten. Ich werde jetzt aber erstmal das Eisnerz hier tun und lieber dann mal hier dort die Erde reinpacken oder so, weil ich, da hinten, uh, uh, ich habe schon den nächsten Diamanten, oh, Diamantenfieber, Teil 2. Das ist natürlich alles so eine Geschichte hier. Habt ihr gesehen? Ich glaube es aber nicht, ey. Na, bau mal hier dran was. Ey, jetzt glaube ich es nicht, ich bin am Rande der Karte. Ja, da ist Redstone, da hätte ich natürlich auch Bock drauf, muss ich mal so behaupten. Hat er mich noch nicht gesehen oder was? Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Da baue ich hier einfach mal zu und schon geht er mir nicht mehr auf den Merch. So, äh, hier kann ich nichts abbauen. Äh, wartet mal. Jetzt muss ich prüfen, ob ich hier abbauen kann. Oh, nee, da komme ich nicht an die Diamanten ran, ey. Was ist das für eine Verarsche? Oh, ne Spidey. Bleibt bloß weg alle von mir, ey. So, machen wir uns erstmal hier schon ein kleines Tünnelchen. So, alles erstmal zubauen. Nicht, dass ich hier noch irgendwie, hier kann ich nämlich schon wieder nichts ran bauen. Aber hier das Redstone will ich haben. Uh, oh nein, oh nein, oh nein. Wo ist er? Das ist so eine Drecksau. Oh, mir geht mein, mir geht mein Herz schon, das glaubt ihr nicht. So, da haben wir die Sau weg. So, aber jetzt baue ich das Löchlein schnell wieder zu. Weil ich habe keine Lust, dass hier noch irgendwelche ungebetenen Gäste durchkommen. So, und jetzt hier müsste ich jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt weitermache. Ich muss auf jeden Fall jetzt wieder nach unten, würde ich mal so sagen. Oh, zwei haben wir noch. Ey, ich wusste es, ey, das ist doch eine Verarsche. Also, das kann nicht sein, das ist sowas von dreckig, eine Verarsche. Ey, guckt euch das an. Drei Diamanten, die ich nicht abbauen kann. Boah, also da könnte ich wieder kotzen, ganz ehrlich. Das ist nicht feierlich. Sagen wir mal so. So, aber ich will hier oben die Kohle noch mitnehmen, wenn möglich. So, weil Kohle braucht man natürlich auch. Ich würde natürlich hier die Lava noch sehr... Oh, jetzt kriege ich hier noch nicht mal die Kohle weg. Okay, wir ziehen uns jetzt hier einfach mal wieder zurück. Gucken wir mal... Oh, alter Schwede. Ihr seid doch nicht mehr ganz sauber, alle. Wie viele Pfeile habe ich noch? Kein. Super. So, der ist verbrannt. Komm her, Arschloch. Komm. Jetzt seht ihr das? Schon ist wieder die ganze Bude mit Creeper voll. Das ist sowas von unnormal. Komm. Komm her, Arschloch. Komm, jetzt kommst du an mich rein. Na komm. Da verbrennt gleich mal ein Zombie. Machen wir erst mal so, bitte. Ja, komm doch. Ich mach ja nix, ey. Das ist, wenn ich jetzt hier weggehe, dann schießt mir hier an die Spide oder sonst oder was. Ich komm hier nicht mehr raus, ey. Das ist grad richtig pervers. Ich hab aber Schiss, dass ich jetzt hier sterbe wegen... Oh, da kommt schon der nächste Creeper. Ey, das ist ja unnormal. Hier sind ja nur noch Creeper. Was geht denn jetzt ab für eine Geschichte hier? Ich muss mir erst mal hier wieder was herbauen. Ich guck mal jetzt. Ich guck mich erst mal hier wenig um. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie nebenbei so flüchten. Und die einfach mal alle so hinter mir lassen. Weil das ist mir hier alles ein bisschen brenzlig, muss ich mal so sagen. Ja, komm, gib mir mal den ganzen Spinn hier noch. Das Vieh zeuscht, das Elende. Gib mir mal den Redstone her. Und das ist nicht gut. What the fuck? So. Dich verprügel, ich keine Sorge. Arschloch. So, wo ist jetzt Spidey? Das ist mir gar nicht gut. Das ist ein Schleim oder was? Was ist das ein Schleim? Komm runter. Komm her, Schleimi. Na komm. Alter Schwede. Na, kommst du jetzt mal? Komm. Okay, jetzt kriegst du mit dir. So. Wie viel habe ich gekriegt? Zwei, okay. What the fuck? Arschloch. So, jetzt mache ich mir aber hier meine Bude wieder zu. Alter Schwede, das ist aber auch hier so eine Geschichte. Ja, Zombie, komm mal her. Ja, komm. Und Tschüss. Ich müsste eigentlich, wartet mal. Ich muss den irgendwie da weghelfen. So, den bopse ich jetzt da rein. Arschloch. So, der ist auch schon mal weg. Jetzt habe ich dort noch diese schäbige Spy da. Die ist mir auch wieder so suspekt hier. Da oben sitzt schon der nächste Creeper. Aber jetzt müsste ich wieder Pfeile haben. Arschloch. Oh, fuck. Fuck, Alter. Ja, ja, komm. Fick, fick. Und dort. Nice. Arschloch, hä? Arschlochspinner. Das Gold da oben würde ich natürlich auch gerne noch mitnehmen. Ich habe mir hier auch. Das war es schon wieder mit meinem Pfeilen. Das ist scheiße. Jetzt kommt sie. Okay, da kommt er. So, die haben wir auch. Hier haben wir den XP. Wo bin ich rausgekommen? Schluck mal hier. Hier war das komische Loch. Ja. Da hätte ich mich ja jetzt irgendein Creeper abfangen können. So, jetzt gibt es noch. Aha. Okay. War jetzt hier noch nicht. What the fuck? Hier war es. So, ich bin von hier oben gekommen. Okay. Also, kann ich mir ja jetzt rein theoretisch noch irgendwie dieses Eisen, wenn möglich, holen. Würde ich mal so behaupten. Und ja, mal ein bisschen zubauen. Das ist hier schnelle Fluchtmöglichkeiten ab. Weil ja, weil ja hier alles passieren kann mittlerweile. Ja, es ist ja mitgekriegt hier diese Creeper. Das ist ja Wahnsinn. So, komm, du mal noch her. Du. Du und du. Dann muss ich mich auch leicht drunter bauen irgendwie oder so. So. Also, hier traue ich mich nicht. Da ist schon wieder ein bisschen scheiß Dreckschwan. Dieser Schwan. Also, hier baue ich mich lieber auch mal an der Seite lang. Hier ist natürlich irgendwie auch wieder so eine hinterlistische Ecke. Das ist ja furchtbar. So. Oh, ich habe schon wieder ein Entering gehört. Oh mein Gott. Kampf gegen Cell. Dort ist die... Ja, ja, sterbt ruhig. Das macht er richtig. Sterbt. Ah, bleibt ja dort. Okay. Ich bin gleich an der Quelle. Ich habe es gleich geschafft. Ich muss noch in die Etage weiter hoch. Hops. So, da ist die Quelle. Eins noch. So. So, die Quelle ist gestopft. Und da wollen wir mal hoffen, dass es jetzt aufhört zu fließen. Macht es irgendwie nicht. Deswegen müssen wir uns halt was anderes einfallen lassen. Machen wir dann. Wartet mal. Vielleicht jetzt. So, jetzt müsste es aber aufhören. Aber jetzt muss ich auch erst mal eine Fackel setzen, falls es... Kommt dort. Du Schwein, Alter. Ich habe immer noch keinen Pfeil. So eine Kacke. Jetzt habe ich natürlich eine Arschkarte. Oh, der will mich wieder umgehen. Guckt euch das an. Die sind ganz schlau geworden, die Drecksauen. Seht ihr das? Wie er mir schon geht? Das ist echt krass, ey. So, aber so kriege ich dich auch. Von oben einfach. Ja, komm. Ingrissen noch. So. Aber frage ich mich, wo der jetzt schon wieder herkommt, die Sau. Die Elender. Echt krass. Dann drehst du dich um und dann wirst du von hinten wieder genommen. Obwohl du da eigentlich Jungfrau bleiben willst. Also es tut mir leid, aber ich will hinten Jungfrau bleiben. Ich will da nicht irgendwie genommen werden. Aber das passiert ja irgendwie beim Spiel öfters, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall versuchen sie es jedenfalls. Ein jedes Mal von hinten zu nehmen, ja. So, jetzt werde ich hier einfach nochmal so bauen. Dass hier die Kacke ja bald mal aufhört. So, äh. Ups, und. Okay. Na ja, Creeper kann, oh. Schöne Spider. Kann ja eigentlich nur von hier irgendwo gekommen sein. Der schäbige Creeper. Oh mein Gott. Schnell Reis ausnehmen. Wisst ihr was? Ich hau jetzt ab, ey. Jetzt hau ich keinen Bock mehr. Hier. Ich will das auch noch haben, ey. Die können von jeder Seite kommen. Ja, wartet. Ich habe jetzt noch ein Steak gegessen und jetzt hole ich mir jetzt noch ganz schnell den Scheiß. Du machst es genau richtig, Creeper. Fick dich selber. Da gibt es keine Beschwerden. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. So muss das sein. Oh, mit dem Eisen ist natürlich auch so eine Geschichte. So, jetzt bauen wir hier noch. Ganz einfach so. So, jetzt dürfte hier schon mal kein Creeper mehr kommen. Wenn ich die hau sich hier unten die ganze Zeit anscheinend und die fresse oder so. Oh. Hau ich mir, jetzt hole ich mir aber erstmal mein Eisen wieder. Was macht denn das jetzt für ein Dreck, ey? Ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt hat es mich gefickt, ey. Alter Schwede, ey. Oh. Alter, jetzt reicht es mir. Das sind, das sind jetzt schon böse Omen. Was mir sagt, Tobi. Zieh Leine, sonst kriegst du auf den Sack. Und da habe ich mir gar keinen Bock drauf. Das auszuprobieren, muss ich dazu sagen. Deswegen mache ich mich jetzt auch vom Acker. Nicht zieh weg, ey. Ich habe meine Diamanten, das reicht mir aus. So, wo weiter? Oh, hier scheint er, mein. Eigentlich können wir ja ihn auch schlagen, warte ich mal. Na, kann ich schon Bescheid sagen. Oder? Einfach nur auf die Beine. So. Okay. Immer auf die Beine schlagen. Kleiner Tipp von mir. Oder von das Korra. Den hat er mir nämlich gegeben. Jetzt haben wir es natürlich auch noch finster. So, das war natürlich jetzt wieder Nervenkitzel pur. Lassen mich mich in Ruhe, ich glaube es nicht. Überall sitzen sie und lauern auf mich. Das ist ja forschbar. Oh, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich will doch nur nach Hause. Okay, ich bin doch schon fast nach Hause. Da unten ist schon wieder ein Creeper. Oh, okay. So, jetzt nichts hoch. So, wir haben unsere Scheugs. Dreckscreeper ist immer noch auf wie scharf. Die Sau, die muss ich wegkriegen von meinem Haus. So, okay. So, wo ist der Creeper? Lauf, rutsche, scharf. Hier geht es um, da kommt er. Komm, 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 komm. Lauf, rutsche, scharf. Komm, Creeper. Erstmal weg vom Haus. Das ist erstmal das A und O. Dann kann man auch gegen ihn kämpfen. Einfach so immer. Und jetzt. So, okay, den haben wir. Den haben wir hier hinten. Wir gerade eben auch noch irgendwo ist eine Sau. Wo ist denn der hin? Ich hatte hier unten noch einen Creeper gesehen. Und ich muss mal sagen, so lange wie ich nicht 100% sagen kann, dass der abgehauen ist oder sonst irgendwas, bin ich skeptisch. Ich habe Angst um mein kleines, feines Häuschen. So, naja, ist ja auch jetzt ein Ei. Her mit dem Ding. Ich habe ein Ei. So, ich habe ein Ei. Und wie viele? Nein, ich habe neun Eier. So, da tun wir den Slime hier erstmal hier rein. Oh, 17 mal Redstone. Okay, ein Spinnenauge haben wir auch. Cola haben wir auch wieder. Das machen wir so. So und so. Und dann machen wir jetzt ja. Lups. Lups. Und teilen wir erstmal auf sozusagen. Damit wir jetzt erstmal überall hier tun wir halt auch gleich mal das Eisen rein. Da haben wir jetzt, okay, auch schon wieder gut ausgesorgt, muss ich erstmal sagen. Also wir kommen erstmal wieder über die Runden. Gib mal den Sticky her. Ein Pfeilhaber, das ist natürlich, na, sehr mager, muss ich mal so betonen. Knochen, Schießpulver, tun wir rein. War hier. Hier, nee. War hier. Erde. Okay, da tun wir das einmal Erde da hin. Das behalten wir einfach hier. Und das lassen wir auch einfach mal hier. Wird ich mal so behaupten. So, wir machen uns jetzt erstmal eine, haben wir noch Sticky's bei? Ja. Erstmal ein Diamantenspitzhacke. Eine Diamantenspitzhacke. Ein Verzauberungsstich hätte ich gern, wenn ich ihn denn finde. So, oder what the fuck, oh. So, da, 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 da. So, Obsidian war es. Obsidian, meine Fresse. Ein Buch und Firma Obsidian. Ah, da hinten ist Lava und da brauchen wir noch einen Eimer mit Wasser. So, oder wir machen es ganz einfach wieder ganz unten, aber das ist mir arg gefährlich, muss ich dazu sagen. Wir brauchen sogar zwei Diamanten. Nein, das ist ja krass. Okay, da tun wir die Diamanten erstmal hier rein, würde ich mal sagen. Und unsere Diamantenspitzhacke lassen wir mal eingesteckt. Warte mal, ich brauche mal eine. Äh, hab ich noch kein Eimer, ne anscheinend nicht. Dann nehmen wir nochmal, wo ist es, da ist es. Dann nehmen wir das Eisen nochmal und machen uns mal schnell ein Eimerchen. Würde ich mal so behaupten.